Hallo, mein Name ist Peter Schilling, ich stehe hier im wunderschönen Sensapolis. Hier werde ich mit meiner Band am 20.06. ein Konzert geben, auf das ich mich wahnsinnig freue, zumal ich selber ja Schwabe bin und hier meine Wurzeln habe. Wir kommen nicht nur mit ganzer Band, wir kommen mit der ganzen Produktion. Wir haben natürlich Technik, wir haben die Band dabei und da ist man als Künstler eigentlich nur das Sahnehäubchen. Und das macht mich schon sehr stolz, dass so viele sehr, sehr gute qualifizierte Leute an meiner Seite sind und mit mir diesen Weg gehen. Meine Musiker haben alle eine sehr, sehr hochwertige Vita, also was da steht auf der Bühne, das ist Champions League. Und das hört man auch. Und das ist für mich auch ein Anspann, das Letzte und Beste aus mir rauszuholen. Böblingen, Sindelfingen, Stuttgart, da habe ich meine Wurzel. In Böblingen habe ich meine allererste Band gehabt, bei der ich 1972, ich glaube selber schon gar nicht mehr, im Proberaum zum ersten Mal mit einer Band zusammen gesungen habe. Da hat man mir die Gelegenheit gegeben, mich zu entwickeln. In Sindelfingen war ich vor dem Erfolg, musste ja auch Geld verdienen, da habe ich Gebrauchtwagen geputzt bei der BMW-Niederlassung hier in Sindelfingen. Und ich bin sehr oft durch diese Städte gefahren und habe sehr viele Kontakte gehabt. Und es ist ganz, ganz besonders hier zu sein und auch mal wieder schwäbische Ansagen machen zu können, um die Menschen verstehen. Ich hoffe, ihr meine Fans und Freunde, ihr kommt am 20.06. jetzt in Saapolis und seid Gäste bei meiner Show. Es wird richtig geil, ich schwöre es euch. Euer Peter Schilling. Es wird richtig geil, ich schwöre es euch.